Jo was geht YouTube, es ist RB Cool, ja wieder back mit dem motherfuckischen Brrrr Brrrrr Brrrr Bu 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 бу bu 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 with dem motherfucking Bagger ihr Filme und wir reagieren heute zu Mecca Tusschen Endzone. Ich denke grad das gibt es auch von LX aber ich sollte auf jeden Fall von Endzone reagieren mit den Six Five Goons und Nizi. Ein kranker Beat soll das sein. Und wir gucken uns wirklich mal an, ob das auch ein kranker Beat ist. Oben wird mir Medizin vorgeschlagen. Das ist ja einfach nur toll. Einfach nur toll. Let's go! Huh? Liberty Bitch. Liberty Ho. Ey. Dumme kleine Bitch. Ja. Welcome to the Indy. 6, 5, 1, du willst 50 Dinge, ich gebe dir Kleinzeugs. Einer den Kahn, niggel deine Zeit. Du fühlst dich auch so als wärst du ein Streichhöl. Kunde will ihn, doch ich gebe ihm Sierup und er kommt dann wieder Placebo-Effekt. Für Dinge im Däden, der Kunde will Fufi. Ich gebe ihm Jocho und nehme sein Cash. Maka im Becher, ich gehe Lech. Du willst 50 Dinge, dann schreib mir aufs Lech. Ich greife mit der Becher, ich greife mir eine Sprite. Ich greife mir eine Sprite. BOW! Sky! Sky! Aber Polo 6, 5 ist halt einfach nice. Der Typ ist goated. In seinem jungen Alter ist er einfach schon goated. Tussin, ich gieß ein. Packs im Verpackt, Packs im Verschweiß. Mache ein, alter, geht keep them off bike. Komme mit mir hier und reik. Enkelberg, irgendwie, ich dribble wie Mike. Maka Tussin, sip mit meinen Niggas, ich sip mit mein Team. Ich rocke Louis, Polo und Supreme. Du willst deine Beins, ich lebe sie monat. Maka Tussin, ey, meine Niggas sind auf lean. Nehme ein Schluck und genieß. Double Cup dirty, der Schick ist nicht clean. Ja, ich liebe dieses Dreckige, dieses Raue, dieses Grimy-Ass, Marfugging. Das ist Musik, die du hörst, wenn du irgendwo einbrichst und du musst in den Modus reinkommen und dann, ah, du schreibst irgendeinem BOW so, sagst, ey, bring mal was mit und dann ziehst du ihn einfach ab. Ja, geil, geil, geil. Das ist auch der Unterschied zwischen Polo und Nizzi. Polo hat eine viel nicere Delivery und Voice. Aber Nizzi hat den nicen Flow und die Bars. Das ist ein Unterschied. Jeder bringt seine Talente auf den Tisch. Bein zurück, anonym. Schick schnell mein Partner mit Fahrrad zu ihm. Färb meine Fanta, haut wie ein Rubin. Ich bin kein Arzt, aber hab Medizin. Sein, wenn ich rauskann, aus Hinterausgang. Pack ab, die Knolle knallt aus, so wie Ostern. Eisbüffel in mein Glas, trink ist nicht lauwarm. Nien auf der Couch, sparsink, mach ein Tauchgang. Schmeiß dein Ball vom Balkon, er muss ihn auffangen. Bleib wach in der Wohnung, bis Sonnenaufgang. Von ein paar Gramm zum Kilo ist die Laufbahn. Hier, hab gehört, dein Partner sieht wie ein Vormann. Spann Dauer, Damm, Autobahn im Stau. Eins, boom, kommt eine mit Blundzahlen. Hier ist fein, Mann, nachsortierst den Cliffs und dann nehm ich meinen Schnitt direkt, ey. Wuuuh, alter, damn, der Beat nockt rein, alter, wie Marfucking, wie der Ellbogen von KSI. Der Beat ist krass, die Kombo ist krass, der Beat ist krass. Wo ist das Musikvideo? Wo? Wo? Wo ist reik, Digga? Wo ist motherfucking reik? REIK! Oh, 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 oh. Maka Tussin, ey, pack ab, schießt die Jalousien. Gifte mein Blut, ich verlang mich auf Kien. Schließt die Jalousien, Junge! Ruf ins Erbein zurück, anonym. Schick schnell mein Partner mit Fahrrad zu ihm. Fährt meine Fanta rot wie ein Rubin. Ich bin kein Arzt, aber hab Medizin. Ey, ey, ey. Es ist cool, ja, auf dem Beat, Marfucker, ey. Ich pull ab in einem G mit dem Marfucking-Geeks, ja. Wir jumpen auf Ski-Mex, ja. Mit den Glocks und wir shooten dein Bitches. Gang, 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 Gang. Das war die Reaction zu Maka Tussin. Beat von Endzone. Auf dem Song sind Polo 6, 5 und Nizi 1, 9. Der Beat ist auf jeden Fall sehr nice. Die Kombo ist sehr nice. Und ich würde dem Song eine 8 von 10 geben, weil der Beat einfach nur fresh ist. Und ja, wie gesagt, nicer Song. Immer mehr davon. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich noch reagieren soll. Schreibt mir in die Kommentare alles. Und liken, sharen, kommentieren. Nicht vergessen, wer ist der freshest Boy hier aus Hessen? Es ist Jan Kuja, ihr dick. Also, Boys, abonnieren und teilen mit eurer Oma. Krr, Pau. Und ja, Amen. Seid dankbar für alles, was ihr habt. Gang, Gang.